Wir müssen herausfinden, wer hinter dem Angriff auf Matty und seinem Läufer steckt. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Und dir? Jemand wollte einen von mir umbringen. Tut mir leid, wenn ich nicht zu Smalltalk aufgelegt bin. Okay, hast recht. Das waren nicht nur Gesetzlose. Sie wurden angeheuert. Wir müssen den Hintermann finden. Schon alleine wegen Robin Moores Datenarchiv. Er hat's mitgenommen, anders kriegen wir es nicht zurück. Weißt du, wo wir ansetzen können? Wir haben die Gesetzlosen durchsucht und Fetzen einer Karte gefunden. Errol hat sie zusammengesetzt und uns so die Position ihres Lagers beschafft. Wir plündern es und schauen mal, was sich auftreiben lässt. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Also so etwas musst du in Eis und Wasser einfallen. Also so etwas musst du in Eis und Wasser gehen. Du bewegst dich auf das Lager der Gesetzlosen zu, die Truppe, die den Angriff auf Matty gestartet hat. Wir müssen herausfinden, wer sie angeheuert hat und warum. Und wenn sie Robin Moores Datenarchiv haben, umso besser. Sieht aus, als wären die Gesetzlosen von SCAR angegriffen worden. Ich bin untrüstlich. Es muss Hinweise darauf geben, dass sie angeheuert hat. Vorausgesetzt, die SCAR hat nicht alles zerstört. Die SCAR hat nicht alles zerstört. Diese SCAR gibt mir die Kretze. Ich schaue mich etwas um. Mal sehen, ob ich was finden kann. Ich habe eine Karte gefunden. Es steht was drauf, aber der Quatsch ergibt keinen Sinn. Ein Code. Kannst du ihn knacken? Nur mit dem richtigen Schlüssel. Zieh dich um. Vielleicht war jemand achtlos. Troy, wir sind unterwegs zum Job. Hab die Karte bei deiner Ausrüstung gelassen. Code-Wort ist Sumpfsalat. Ich weiß, es ist Drecksarbeit, aber das Geld stimmt und wir sind fast fertig. Bring schwere Geschütze und versuch unterwegs nicht die SCAR aufzuschrecken. Code-Phrase. Natürlich. Das auf der Karte ist eine Substitution, Schiffre. Ich entschlüssele sie und schicke dir die Position. Was auch immer sie planen, kann nicht gut sein. Du musst sie aufhalten. Ich bin. Bist du weiter? Beruhige dich, fliegen dauert. Ich hab nur so ein schlechtes Gefühl bei diesem Job der Gesetzlosen. Verdammt, das war ein Arkanistenlager. Wie konnte ich das nur vergessen? Überall Gesetzlose. Wir müssen sie erledigen und sicherstellen, dass die Arkanisten sicher sind. Das war ein Arkanisten. Das war ein Arkanisten. Die Gesetzlosen sind erledigt. Hast du schon die Arkanisten gefunden? Ich hab die Arkanisten gefunden. Sie wurden umgebracht. Verdammt! Warum? Hier ist eine Aufnahme. Der Läuferjob war ein Fehlschlag. Ich gebe euch eine letzte Chance. An diesen Positionen werdet ihr Arkanistenlager finden. Beschafft ihre Forschungsergebnisse. Keine Überlebenden. Wenn ihr wieder versagt, kriegt ihr es nicht mit mir, sondern mit meinen Vorgesetzten zu tun. Das ist er. Der Typ, der Matti fast umgebracht hätte. Vorgesetzten? Er erfüllt nur Befehle aus. Wie tief geht das Ganze? Weißt du, was ihr nächstes Ziel ist? Nein. Ich such weiter. Ich hab noch eine Karte gefunden. Ich weiß, wo sie die Arkanisten angreifen wollen. Und ein Datenarchiv. Alt. Warte mal. Ist das... Das ist Robin Mons Datenarchiv. Matti wird sich freuen, aber das Archiv kann warten. Es stehen Leben auf dem Spiel. Du weißt, wohin sie unterwegs sind. Du musst dahin. Schnell. Hast du eine Ahnung, warum jemand Matti zurücksehen möchte? Als jemand, der mit Matti zusammenlebt? Ja. Ja, das habe ich. Du weißt, was ich meine. Wir hatten schon früher Rivalen. Aber kein Konkurrenzkampf endete je mit einem Mordversuch. Das ist einfach nicht die Art der Ackernisten. Verdammte Mörder. Schalte sie aus, ehe sie noch mehr Schaden anrichten. Schalte sie aus, und schalte sie aus. Schalte sie aus. Das war's. 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 Aber es gibt sie überhaupt nicht. Meinst du das? Die Leute sagen, dass es eine uralte Gesellschaft von Arcanisten sei. Aber komm einfach zurück zum Vor. Hier können wir in Sicherheit reden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017